Kannst du das jetzt nicht mehr so? PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Ja, da sind wir wieder beim PPP, dem Provinzklassen-Podcast. Mein Name ist Tim Verzau und neben mir sitzt Christoph Ehren. Ja, guten Tag Tim. Und Christoph, irgendwas ist anders hier. Ich glaube, wir sind umgezogen. Also wenn man nur nach vorne schaut, bis auf ein bisschen gedimmteres Licht, hat sich nicht viel verändert. Aber wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich durch eine Glastür. Ja, effektiv. Und das hängt damit zusammen. Also für die, die es nicht wissen, wir nehmen ja bei Radiokontakt aus Belgien-Now auf. Und der Radiosender gehört zum Grenzecho. Und das Grenzecho ist ja umgezogen. Und jetzt sitzen wir zum ersten Mal hier in den neuen Locations von Radiokontakt und nehmen hier zum ersten Mal auf. Und jetzt blicken wir tatsächlich durch die Glastür in unsere neue Redaktion und sehen unter anderem zwei Kollegen, die gerade noch zwischen dem Hamburger SV und Rodergar Ross hin und her wechseln. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns mal um das wirklich Wichtige, Christoph, nämlich im Regionalfußball. Ja, genau. Nur eine kurze Nachfrage. Hertha BSC Berlin findet für dich gar nicht statt. Naja, im Moment schon. Also Stand jetzt zur Pause steht es 1-0. Also wer weiß, wie es steht, wenn wir hier nachher fertig sind. Ja, genau. Das ist dann auch eine ganz neue Erfahrung bei uns. Wir reden über ein Spiel, das, wenn das ausgestrahlt wird, schon lange vorbei ist. Ja, genau. Naja, aber wir haben auch ein Spiel, das sogar jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, schon vorbei ist. Nämlich in der Aufstiegsrunde. Und ja, da können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass du das eine Spiel mitbekommen hast, wo die eine ostbelgische Mannschaft dabei war, die jetzt noch eine Chance hat, weiter in dieser Saison Erfolge zu feiern. Ja, effektiv. Es waren nur noch zwei DG-Mannschaften im Einsatz am Sonntag. Einmal Olympia Recht in der zweiten Provinzklasse gegen Herff. Und ja, die haben leider 3-1 verloren. Die Saison für Recht ist beendet. Ich denke, da können wir vielleicht gleich noch ein Wörtchen zu sagen. Und das Spiel, das ich geschaut habe, spielte in Audrimont. Audrimont gegen St. Vitt. Und da hat St. Vitt seinerseits mit 3-1 gewonnen. Und steht jetzt mehr denn je vor der Rückkehr in die zweite Provinzklasse an Christi Himmelfahrt. Am Donnerstag ist das Aufstiegs-, ja, nennen wir es mal Finale, gegen Welkenrath in Welkenrath. Und ein Finale ist es deswegen, weil in dieser Saison sechs Mannschaften aus der P3 in die P2 aufsteigen. Sprich, das sind die vier Meister und zwei aus der Endrunde. Dementsprechend reicht St. Vitt jetzt nur noch ein Sieg in Welkenrath und dann werden sie zurück in der zweiten Provinzklasse, in ihrer Klasse. Ja, und das ist mit diesem Saisonverlauf dann auf jeden Fall ein Erfolg für die Sandvitter. Sie standen ja jetzt am Ende der Saison auf dem zweiten Rang, aber das sah zwischenzeitlich ja nicht so aus. Wie war es denn jetzt in diesem Spiel, in der letzten Partie der seriellen Endrunde? Und es sah auch erst mal nicht so aus, als ob St. Vitt den Aufstieg noch in eigener Hand hätte. Ja, da kann ich dir durchaus recht geben. Also die erste Halbzeit ging schon klar an Audrimon oder sagen wir mal die erste halbe Stunde. Also da hatte auch Dino Boers im St. Vitter Tor einiges zu tun. Mit einigen Paraden hat er seine Mannschaft da vor einer Niederlage, vor einem Rückstand gerettet. Das änderte sich dann aber nach einer halben Stunde und ja, im Handball nennt man es telefonieren und genau das tat dann Torgi Hoffmann. Der ahnte, dass es einen Fehlpass geben würde in der Verteidigung von Audrimon und den gab es dann auch. Und den erlief er dann, lief dann in den Strafraum rein, wurde gefoult. Es gab elf Meter und da hat St. Vitt natürlich in Romer Frère dann den Spezialisten in den letzten Wochen. Ich weiß, Anthony Rojester hat zum Beispiel gegen Olpenbeam im Pokal ja verschossen. Camelino Nito hat im Meisterschaftsverlauf hier und da noch verschossen. Aber Romer Frère weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob schon einen Elfmeter verschossen hat. Müsste ich jetzt, also kann ich spontan gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat er den souverän verwandelt zum 1-0 für St. Vitt. Und danach sah es dann auch aus, als ob St. Vitt mit dieser Führung in die Pause gehen würde. Aber da hatte Audrimon dann in der 47. 45 plus 2, hatten sie noch das letzte Wörtchen und schossen dann kurz vor der Pause noch den Ausgleich, was natürlich dann, sagen wir mal, für den Spielverlauf bis dahin durchaus verdient war. Aber für St. Vitt natürlich ein ziemlicher Nackenschlag, so direkt vor der Pause. Wir haben ja auch wieder mal nach dem Spiel miteinander gesprochen. Und da hattest du schon angedeutet, dass es dennoch also sehr verdient war für die St. Vitt. Also spekuliere ich jetzt ein bisschen drauf, dass in der zweiten Halbzeit die Zeichen eher auf schwarz-weiß standen. Absolut. Und das können wir an einem Mann festmachen, einem Stürmer beim RFC St. Vitt. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich das so anteaser, dann weiß ich auch schon, von wem ich spreche. Camelino Nito. Richtig. Der eröffnete die zweite Halbzeit quasi genauso, wie die erste aufgehört hat, mit einem Tor. Diesmal für St. Vitt mit dem 2-1 nach einer Flanke von Noah Pammottier, der sich den Ball erkämpfte im Mittelfeld, in den Strafraum reinlief, so ein bisschen ein Robben-Style. Und dann zurücklegte auf Nito und der schoss dann rein. Und eine Viertelstunde später ungefähr, Nito zum zweiten, zum 3-1 für St. Vitt mit einem wirklich geilen Tor. Also er ging dann ungefähr die Position, die Noah Pammottier dann vorher hatte. Also von links in den Strafraum rein, ging ein bisschen noch in die Mitte rein und knallte den Ball echt supergeil. Voll in die 5 rein. Also ein sehr schönes Tor. Und ja, das honorierten dann auch die St. Vitter Ultras, die mitgereist waren. Und das waren sehr viele, die mitgereist waren. Die sangen dann auch, Nito ist on fire und so weiter. Und unter anderem auch, ohne St. Vitt wäre hier gar nichts los. Also die hatten schon echt gute Stimmung da bei sich. Und zwar 90 Minuten durch, muss man auch mal sagen. Und von da an war Audrimon eigentlich nicht mehr offensiv präsent. Also die fahrende nicht mehr statt. St. Vitt hatte eigentlich alles im Griff. Ich hatte auch nicht den Eindruck, als ob St. Vitt jetzt irgendwie ein absolutes Wunderwerk verbringen müsste, um dieses Spiel jetzt nicht noch aus der Hand zu geben. War ein bisschen wie Lonzen letzte Woche, fand ich Audrimon, wo nicht so diese Schlussoffensive kam. Dieser, ich will es nicht unbedingter Wille nennen, aber dieses unbedingte Drängen auf das 3-2, das habe ich bei Audrimon nicht gesehen. Ja, du hast die Stimmung der St. Vitter-Fans angesprochen. Wir haben ja schon in der letzten Woche gemerkt, dass Audrimon, naja, sagen wir jetzt nicht unbedingt die mental stärkste Mannschaft hat. Die haben sich ja schon in der letzten Woche im Spiel so ein bisschen angezankt. Und da war der Job des Trainers fast schon mehr, die Spieler davon abzuhalten, sich gegenseitig runterzumachen. Und da war der Spielverlauf ja eigentlich noch positiv für Audrimon. Aber in dieser Woche war dann der Spielverlauf spätestens ab dem 3-1 dann wirklich gegen Audrimon. Hat man das dann auch gemerkt? Teilweise auch schon davor. Also die zweite Halbzeit war durchaus geprägt von Meckern auf Audrimon-Seite. Und das fing auch ganz, ganz speziell dann nach dem 2-1 an. Da gab es nämlich dann eine Szene im St. Vitter-Strafraum, wo Jan Pütters dann scheinbar den Ball an die Hand bekommen hat. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen, beziehungsweise ich stand einfach zu weit weg. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Der Schiedsrichter hat es tatsächlich laut Manuel Ruiz-Marais, der Trainer von Audrimon, so beurteilt, als ob ein Audrimon-Spieler den Ball berührt hätte mit der Hand. Und da haben sich die Spieler dann ziemlich echauffiert. Und das hat Ruiz-Marais dann im Anschluss auch als die Schlüsselszene festgemacht. Denn im Gegenzug, oder nicht im Gegenzug, aber ein paar Minuten später, fiel dann das 3-1, dass dann das Spiel quasi beendete in dem Sinne. Aber Audrimon hat schon ziemlich viel gemeckert, das stimmt. Und ich möchte hier auch ein Zitat von Thierry Pullis einwerfen, dem Trainer von St. Vitt, der am Ende auch gesagt hat, Mentalität hat Technik geschlagen. Und das kann man durchaus so stehen lassen. Mentalität ist dann auch das Stichwort jetzt für das Spiel am Donnerstag, weil St. Vitt hat ja jetzt wirklich auch harte Wochen hinter sich. Mit unter anderem, du hast es eben angesprochen, das Halbfinale im Provinzpokal der P3-P4 gegen den FC Eupen B. Wie schätzt du das denn einmal, St. Vitt? Wird es da wirklich auch die mentale Schiene sein müssen, die sie fahren gegen Welkenrad? Weil ich kann mir vorstellen, dass körperlich die Mannschaft doch recht gezeichnet ist. Genau das, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Es sind halt jetzt schon einige englische Wochen gewesen mit Provinzpokal und so weiter. Und das sind natürlich auch alles wichtige Spiele. Im Provinzpokal, je weiter du kommst, desto mehr willst du das Ding natürlich auch gewinnen. Und dasselbe ist natürlich in der Aufstiegsrunde. Und das ist natürlich, du hast jetzt kein Spiel gehabt in den letzten Wochen, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehen wir mal Halbgas, jetzt wollen wir mal ein bisschen testen oder ruhen uns einfach aus. Weil auch bei St. Vitt ging es ja in der regulären Meisterschaft wirklich noch darum, das Heimrecht zu kriegen. Denn sie wussten ja lange nicht, wie wird dieses abgebrochene Firmowillspiel gewertet. Haben es dann am Ende so geschafft, dass die Wertung faktisch völlig egal ist, weil sie sowieso Tabellenzweiter waren und das Heimrecht hatten. Aber das haben sie sich erkämpfen müssen. Dementsprechend hatte St. Vitt in den letzten Wochen kein Spiel, wo sie ein bisschen Pause machen konnten. Und das meinte Thierry Pullis auch, das sieht man jetzt schon. Und vielleicht hat es den St. Vittern dann ganz gut getan, dass Ordemont jetzt nicht so die Offensivpower gehabt hat in der zweiten Halbzeit, dass es da jetzt nicht so, sagen wir mal, 30 Minuten lang eine absolute Abwehrschlacht gewesen ist. Aber natürlich, es wird jetzt wieder eine englische Woche kommen und St. Vitt muss über das Mentale kommen. Und da muss man aber auch sagen, das haben sie mittlerweile. Und das haben sie mittlerweile wieder. Denn wenn ich das St. Vitt von heute mit dem vergleiche, dass Thierry Pullis damals übernommen hat, dann gibt es da schon einen riesen Unterschied. Also in den ersten Wochen und Monaten beschwerte er sich quasi permanent, wie wenig Leute auf dem Training sind, dass dann irgendwie nur drei, vier Mann wären. Mittlerweile hat sich das wirklich gewandelt. Also es sind alle, die können, sind auf dem Training. Und du siehst in der Mannschaft, dass sie sich gegenseitig hochziehen. Auch bedingt durch die Supporter natürlich. Das würde ich, glaube ich, gar nicht kleinreden wollen, denn das gibt natürlich auch nochmal einen Boost, wenn du merkst, okay, die ganze Umgebung steht hinter dir. Aber über das Mentale kann St. Vitt mittlerweile wieder kommen. Mentalität und Supporter, das Erfolgsgeheimnis bei St. Vitt jetzt im Spiel gegen Welkenrad. Ja, natürlich, aber gerade auch wegen der Argumente, die ich gerade gesagt habe. Und vor allem wegen dem Argument des vollen Spielkalenders. Dann wäre das natürlich auch das Spiel, was wir tippen. Zur Info im Tippspiel liege ich mit zehn Punkten hinten. Also das können wir dir eigentlich jetzt schon überschreiben. Außer du willst wirklich Risiko gehen und wir verdoppeln die Punktzahl bei diesem Spiel. Nix da. Nee, 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 nee. Nix da. Nee, also dementsprechend lasse ich den Sieger des diesjährigen Tippspiels auch die letzte Tippspielrunde beginnen. Danke schön. Welkenrad gegen St. Vitt, was tippst du, Tim? Da ich Welkenrad seit Jahren nicht mehr gesehen habe, habe ich absolut keine Ahnung, wie die Mannschaft spielt, ob sie defensiv spielt, offensiv im Vergleich zu St. Vitt, absolut keine Ahnung. Deswegen geht der Tipp jetzt völlig ins Blaue rein. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich torreich wird, da natürlich auch Welkenrad jetzt aus englischen Wochen kommt und denke, dass St. Vitt, sagen wir mal, 2-1 gewinnen wird. Ja, ich tippe auch auf ein knappes Ergebnis, aber ich rechne aus demselben Grund, nämlich den englischen Wochen mit einem etwas irren Spiel, weil vielleicht beide in der Abwehr nicht mehr ganz so rigoros sind. Und ich glaube, dass Camelino Nito zum Abschied St. Vitt dann auch noch in die Klasse höher schießen wird. Ich sage 5-3 für St. Vitt. Ja, das hört sich doch gut an. Aber wir können natürlich auch gerne nochmal über Olympia Recht sprechen. Deren Saison in der P2 ist ja jetzt beendet und es war eine bemerkenswerte Saison, das kann man trotzdem sagen. Ich meine, sie haben es immerhin bis ins Endrundenfinale der Serie geschafft. Es war lange Zeit auch eine historische Saison und ich finde, man kann sie durchaus weiterhin als historisch bezeichnen, auch wenn Trainer Jérôme Stark das nicht unbedingt so sieht. Aber wenn du im Februar damals gegen Wallhorn der Sieg dann, wenn du dann teilweise Tabellen Erster warst, womit niemand gerechnet hat, selbst der Verein nicht, ich finde, dann kann man schon mal das Wort historisch gebrauchen. Oder wie siehst du das? Ja, ich finde vor allem schön, dass Recht sich zum Ende der Saison hin dann nochmal selber belohnen konnte. Ich weiß, nach der Niederlage in Amel hatte ich mit Stefan Krings gesprochen, dem Kapitän und er meinte, sie fiebern jetzt eben noch auf diese Endrunde hin und hoffen dann auch da nochmal Heimrecht haben zu können, um dann wirklich dem Verein nochmal schöne Einnahmen zu schenken und eben ein schönes Abschlussspiel, ob es dann hochgeht oder nicht. Das ist dann relativ zweitrangig gewesen und genau dieses Spiel haben sie dann ja gegen Herff bekommen. Leider mit einer Niederlage, aber trotzdem hat Recht eine super Saison gespielt und sie haben vor allem auch am Ende der Saison gezeigt, dass auch diese Schwächephase, die sie dann ja eine Zeit lang wirklich hatten, wo es ja mehr so an der Unfähigkeit der Gegner lag, der Konkurrenten lag, das Recht nicht weiter abstürzte in der Tabelle. Da haben sie nochmal bewiesen, dass sie sich für die Endrunde remobilisiert haben und sie haben den großen Favoriten in dieser Endrunde, nämlich Sarles Bar, auch noch rausgeschmissen. Ist Olympia Recht für dich eine Mannschaft, die wir nächstes Jahr unbedingt auf dem Zettel haben müssen? Absolut, weil es in dieser Mannschaft wieder mal wenig Veränderungen geben wird. Es ist weiter die Kontinuität, die Olympia Recht ausmacht und wer weiß, vielleicht schaffen sie es dann auch in der nächsten Saison eben diese Schwächephase, die sie jetzt relativ lang hatten, vielleicht ein bisschen kürzer zu haben, weil eine Schwächephase, die hat ja jede Mannschaft in der Saison. Aber wenn sie die ein bisschen kürzer halten können, wer weiß, vielleicht können sie dann nächstes Jahr auch um den Titel mitspielen. Ja, und das gönnen wir ihnen ja natürlich und ich würde sagen, wir gönnen es auch, dem RFC St. Viert am Donnerstag aufzusteigen in die zweite Provinzklasse C. Ja, und mit diesen Aussichten würde ich sagen, beenden wir es für heute. Genau. Und hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Ciao. Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.